Die Mannschaft des SV Lichtenberg 47 Mission Regionalligaaufstieg geht weiter und das um weit entfernten Rostock. Lichtenberg 47 trifft auf die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Vor ca. 100 Zuschauern stoßen die Gäste an. In Blau von rechts nach links. Und die gute Ostseeluft, die ist erstmal beflügelnd für die Gäste aus Berlin, die sich zu Anfang des Spiels gut durchkombinieren können. Fiegen im Zusammenspiel mit Haubitz. Der hat dann das gute Auge für Gave und der schließt einfach mal ab und kullert fast hinter die Linie von Jörg Hänel, dem Torwart von Hansa Rostock 2. Wir befinden uns in Spielminute 16. Rostock jetzt mal mit einem Eckball durch gut und der kommt auch gut. Aber der Schiedsrichter pfeift abseits, bevor der Kopfball von Max Reintaler dann also das Tor betritt. Abseits pfifft die richtige Entscheidung und somit blieb es beim Unentschieden bis zur 19. Minute. Freistoß, Gave und Haubitz schraubt sich hoch. Schöne Variante, die wir diese Saison auch schon öfter sehen konnten. Also die Automatismen stimmen auch in der Rückrunde bei den Lichtenbergern. Die jetzt wieder den Schwung nach vorne nehmen. Einsiedel über die linke Seite. Schöne Flanke und Brechler diesmal. Tommi Brechler, er hätte gerne sein neuntes Saisontor erzielt. Weiter geht's wieder mit Hansa über die linke Seite. Und dann sehen wir es nicht mehr, aber Julian Hänel schiebt den Ball über die Linie. 1 zu 0 für Hansa in der 26. Minute. Ärgerlich für Lichtenberg, weil sie das Chancenplus hatten, aber die Effektivität, die ist auf Seiten der Gastgeber. Und die Mannschaft von Axel Riedentietz, damit im Aufschwung, konnte sich auf einmal gut nach vorne kombinieren. 31. Minute. Auch die Flanke ist gut und diesmal ist es Henry Haufe, der den Ball unhaltbar für Niklas Wollert ins Tor schießt. Rostock führt mit 2 zu 0. Das ist ein Polster für die zweiten 45 Minuten und Lichtenberg jetzt unter Zugzwang. Das war die 29. Minute und das 2 zu 0. Denn, wie wir wissen, Tennis Borussia Berlin nur mit 3 Punkten Rückstand auf Lichtenberg. Eine Niederlage wäre heftig für die Tabellensituation. Und so versucht es Lichtenberg mit Philipp Grüneberg. Guter Distanzschuss, Jörg Hänel aufmerksam. 49. Minute. Da muss doch noch etwas gehen bei Lichtenberg. Reiniger sucht die Spieleröffnung. Findet Fiegen und der jetzt mit dem genialen Zusammenspiel. Gave wieder auf Grüneberg. Philipp Grüneberg kann sich durchsetzen. Anschlusstreffer für Lichtenberg. Super kombiniert. Da kommt ihre Klasse das erste Mal heute richtig zur Geltung. Und Philipp Grüneberg macht das eiskalt. Aber Hansa sucht die Antwort. Schöne Kombination. Dann der Ball in die Mitte. Und Johann Berger versucht es mal. Sehr starke Parade von Niklas Wollert. Der weiterhin der Leidtragende dieser Partie ist. Bei den Gegentoren konnte er einfach nichts machen. Nochmal 93. Spielminute. Lichtenberg vielleicht mit der Chance. Aber der Schuss von Gave gut abgewehrt durch Jörg Hänel. Der eine souveräne Leistung im Kasten ablegt. Und so ist es nach 95 Minuten geschehen. Der Tabellenführer zum ersten Mal geschlagen. Und muss unbedingt im nächsten Pflichtspiel gewinnen.